Herzlich Willkommen zum zweiten Teil unserer VertigoTV-November-Ausgabe. Wie versprochen erzählen Keane jetzt hier, wie sie sich ihre Zeit in Berlin so vertrieben haben. Ich habe wirklich in den Westen genannt, ich muss sagen, und zu Karl Marx, L.A. und dann hat er das sehr sehr, 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 sehr dank, dass das Geschichte ist, wie es sehr, 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 sehr da ist. Es ist noch immer noch immer noch, und du wirklich nicht haben das in Britain, Keane haben ja einen neuen Ohrwurm mitgebracht, der heißt The Lovers Are Losing und dazu gibt es ja ein Verfolgungsvideo. Verfolgungsvideos gab es ja schon mal, Freundeskreis hatten eins, Moneybrother, TomTil jetzt auch. Auf jeden Fall könnten jetzt bösezogen über Keane behaupten, Fetty ist jetzt fit, aber seht selbst. Verfolgungsvideos gab es ja schon mal, Fetty ist 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 ja schon mal. Wir haben ja schon mal angefangen, wie es funktioniert und in verschiedenen Bereichen in der Stadt besuchen. Wir haben das gemacht, das war wirklich cool. Auch wenn es nur ein Rund auf dem Tag von der Rekordung war, wir wanderten durch den Tiergarten, über den Zoo, zum Fliehmarkt. Ich denke, am Ende des Jahres haben wir alle entschieden, dass wir hier leben wollten. Die Killers waren ja schon immer eigen. Statt Schnauzbart gibt es jetzt Leopardenstreifen, Shirts und Federn auf den Schultern. Und im Video dazu gibt es auch noch mal das ein oder andere Tier, was da durch die Wüste straucht. Aber seht selbst. Sprecher Aus die Maus, das war's jetzt von Vertigo TV für den November. Ich verabschiede mich dieses Mal mit einer charmanten Dame aus Brooklyn, New York. Viel Spaß mit Ingrid Michaelstein. All your hair sew on patches, to all you tear. Cause I love you more than I could ever promise. And you, take me the way I am. You, take me the way I am. You, take me the way I am. You, take me the way I am.